Zip, 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 zip. Ah! Zip, bumm, zip! Ah! Ljubi, was? Reichstagsgebäude. München! Ja, ja... Seid ruhig, wenn der Peter kommt und hört, was der Papi sagt. Er ist nicht nur groß und breit, er ist auch ein Bodyguard. Hahaha! Der war geil, ne? Is this good? Der war gut. Also es geht um das leidige Thema. Philipp. Ja. Ich glaube, es passt einfach nicht. Ich bin ein Mensch, der auch ein bisschen Zeit für sich braucht. Dieser ganze Zoff, das war so unnötig. Ich weiß, dass du ein Problem mit mir hast und wir beide wären auch keine besten Freunde mehr. Menschlich gesehen halte ich sowieso nichts von dir. Kümmer dich mal mehr um dich, statt sich um mich zu konzentrieren. Kau. Nicht sprechen. Warte mal bitte. Stink dich? Nee, ich kann nicht riechen. Nee, alles gut. Wunderbar. Nein, komm jetzt. Du gehst zu deiner Frau und sagst, ich küsse deine Augen. Ey, wie geil wäre das bitte? Du kannst einen Plan planen, am Ende kommt es sowieso immer anders. Das ist ein geiles Zitat von mir. Ich küsse deine Augen. Ich küsse deine Augen. 스뉽 Abfuszeit sea tea.